kann man das einstellen? Normal oder Turbo? Wo hast du einen Speed gehabt? Das war bei mir gar nicht Ich glaub das kann nur einer einstellen Mach mal normal Ich hab das erste Speed gemacht wie der Vorwurf Speed Entschuldigung Drück mal B Das kann nicht mehr zurück Den hast du also Nehmen wir einen Würding B Nehmen wir nicht mal die gleichen, dann haben die die selben Eigenschaften Oh wie langweilig, ey Stimme 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 Saga Ich bin Birdy Ja Mach Tailand Ne, nimm mir mal Ich spiel die hier Gibst du auf, ne? Ich guck nichts, schwenkt nur mein Gamepad Wie heißt er nochmal? Birdy Okay Warte Erstmal gucken was er kann Jetzt kommt ein Hänger, wie immer Das liegt am Spiel, Leute Okay Ich bin bereit Hier, du hast direkt Ich weiß Puncharten Komm los Okay Boom Ich spiel jetzt schon auf den Sack, laute mal Ich hab ihn nur richtig beschissen, krass Ich hab ihn nur recht Ich hab ihn nur recht Fuck man Ich mach den nicht Ich bin Level 2 Ich bin Level 2 Kann man dann nur Bis 3 Ich hab grad irgendwie geschafft zu schießen, aber ich weiß nicht mehr wie, ich hab das zweimal gemacht Guck mal, der leckte Kitzel Ich rufe aber vor Okay, warte Ich versuch mal Wie schießt man Ich hab das mal herausgefunden Früher Auf der Auge hinein Ich weiß wie hergekommt, die Auge Ah Ey Wie hast du das gemacht, sag mal bitte Ich hab das gemacht, sag mal bitte Der geht aber auch wie nicht so Hä Hä Wie hast du das Special aktiviert, weil bei dir ist die Anzeige weggegangen Das und das Und vorder, vorder, äh vorne hin Ich glaub aber das ist bei dir anders Ich hab keine Ahnung wie ich das gemacht habe Komm, musst du mir auch Hä Alter Egal, komm, spiel mir Oh Das selber hab ich eben auch gemacht Ich weiß aber nicht wie und vor allem, ich kann mich da nicht treffen Boah Peniskopfe Fuck Aber endlich mal War mal an der Zeit War mal an der Zeit Boah Ich Habe die erste Runde gewonnen Die zweite, Durf die erste gewonnen Achso spielen wir direkt? Ja Oah 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 Boah Das klappt nicht mit dem Ding, ey Oh, ich weiß wie mein's geht Oh, Alter Ich glaub du hast keine Schnitte gegen mich jetzt, ne? Okay Fresse, Fresse, Fresse Fresse Siehst du in die Fresse Nein, ich brauch einen schönen mächtigen Kau-Schlag Nein Ach Perfekt In die Fresse Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel So Das war Street Fighter Alpha Ich hab keine Lust mehr auf Fighters Spiele So Nein Das war das Gottspiel der Götter Wobei es noch bessere gibt Alpha ist irgendwie komisch Aber egal Wir spielen jetzt irgendwann ein anderes Und unseren Text lautet Next Okay